Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Bauwirtschaft hat schon viele Krisen erlebt und die Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer haben diese gemeistert. Krisen gehören einfach zum Leben. Zurzeit stecken wir mitten in der kritischen Phase der Pandemie und ich möchte mich bedanken, bedanken bei Ihnen, wie hervorragend Sie gemeinsam mit Ihren Belegschaften bislang diese Krise gemeistert haben. Durch Umsicht und Vorsicht konnten wir unsere Baustellen offen halten und weiter bauen. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Wir als Verband haben die Rahmenbedingungen entsprechend mitgestalten können. Nun kommt es darauf an, auch die letzten Wochen zu schaffen, bis die meisten von uns geimpft sind. Wir haben gemeinsam mit den Sozialpartnern weitere Maßnahmen hierzu beschlossen. Aber es kommt jetzt auf uns alle an. Daher möchte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitten, weiter alles zu tun, damit die Bauwirtschaft unbeschadet durch die Pandemie kommt. Wir, unsere Familien, Beschäftigten, unsere Unternehmen sollen vor Schaden bewahrt werden. Wir schaffen das gemeinsam. Wir schaffen es nicht. Wir müssen alle anbieter, bis dann. Wir haben das einmal geschlossen, wir wollen alle Arten. Wir sind ein paar Fragen. Wir sind eine siemenschen, die wir. Wir brauchen das, dass wir wieder einmal anbieter sind. Und diese wir wollen, dass wir uns bereitstellen und unsere Unterstützung beten. Wir wissen können,